AirPods, PS5, das Buch vom Haben zum Sein von Erich Fromm, Yoga-Matte, Bauchtasche, Peter Pane, Mayonnaise, vegan und Akit-Gutschein. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen YouTube-Folge hier auf meinem Kanal Lasse.Halisch. Das, was ich eben gerade vorgelesen habe, das war meine Geburtstagsliste. Ich habe nämlich Geburtstag gehabt am 19.08. und ich bin 21 Jahre alt geworden. Meine Eltern haben mich gefragt, Lasse, was wünschst du dir zum Geburtstag? Und ein paar Geschenke, die ihr hier auf dem Tisch seht, habe ich geschenkt bekommen. Es gibt noch eine Sache, die ist hier, die ist versteckt, die möchte ich noch nicht spoilern. Die werdet ihr im Laufe des Videos sehen. Ich bin mir sehr sicher, dass sich über dieses Geschenk einige Leute aufregen werden, wie sich auch Leute über meine Geburtstagsliste aufgeregt haben. Denn die Dinge, die ich eben gerade vorgelesen habe, naja, um ehrlich zu sein, dazu habe ich ein Video gedreht. Und die Kommentare waren wild. Sie waren verletzend, sie waren gemein, sie waren auch total lieb, sie waren verständnisvoll. Und ich möchte so ein paar Dinge aufklären, weil ich echt das Gefühl habe, dass das Thema, dass man halt mit 21 Jahren noch Geschenke von seinen Eltern bekommt, für einige doch sehr interessant ist. Und ich habe selber auch dann viel mehr darüber nachgedacht, weil für mich war das so eine gewisse Selbstverständlichkeit. Ja, es ist ein Privileg, aber für mich ist es irgendwie doch, ja, einfach selbstverständlich geworden, so über die Jahre, dass man halt von seinen Eltern was geschenkt bekommt. Aber es ist keine Selbstverständlichkeit und es ist ein Privileg. Aber für mich ist es selbstverständlich bzw. normal. Oh Gott, diese Aussage mit der Selbstverständlichkeit, die wird mir direkt mal wieder einen Shitstorm bringen. Ich möchte euch in dieser YouTube-Folge nicht nur die Geschenke zeigen, von daher es lohnt sich dran zu bleiben, sondern ich möchte jetzt auch auf Kommentare eingehen, die ich bekommen habe zu dem Video mit der Geburtstagsliste. Doch bevor ich mit den Kommentaren anfange, die zum Teil echt ein bisschen bodenlos sind, möchte ich euch bitten, hier meinen Kanal zu abonnieren. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn ihr ein kostenloses Abo dalasst, zum einen, um mich zu unterstützen hier bei meinem Weg auf Social Media und zum anderen, um keine Videos mehr von mir zu verpassen. Fangen wir an mit dem ersten Kommentar, den ich bekommen habe. Shelly schreibt auf TikTok, Ich gönne es dir, dass deine Eltern all das ermöglichen können. Aber eine Wunschliste, vor allem von dieser Länge mit 21, ist ein bisschen unangenehm. Wird es nicht langsam Zeit, selber zu kaufen? Ich habe am Anfang darüber gesprochen, dass es für mich so total normal war, dass meine Eltern mich halt gefragt haben, Lasse, was wünschst du dir zum Geburtstag? Und ich denen dann halt eine Wunschliste geschickt habe. Es war nicht so, dass ich gesagt habe, Mama und Papa, bald habe ich Geburtstag. Ihr solltet mir mal was schenken. Das war natürlich nicht so. Aber trotzdem habe ich so eine Nachricht bekommen. Und ich habe dann immer mehr Nachrichten bekommen. Und auf einmal habe ich gemerkt, okay, bei vielen ist es anders. Und das hat mir nochmal gezeigt und mir auch bewusster gemacht, dass es ein absolutes Privileg ist, dass ich auch noch mit 21 Jahren Geschenke von meinen Eltern bekomme. Oder allgemein, dass ich Geschenke zum Geburtstag bekomme. Ich möchte jetzt aber auf die Nachricht hier eingehen. Wird es nicht langsam Zeit, selber Dinge zu kaufen? Ich stelle mir dann schon die Frage, ob meine Eltern mir, wenn ich 30 Jahre alt bin, auch noch was schenken. Natürlich, glaube ich, wird es sich verändern. Mit 30 Jahren habe ich andere Wünsche. Und da wünsche ich mir dann vielleicht keine PS5 mehr oder Airpods, weil ich mir so etwas selber kaufe. Mit 21 Jahren und mit meiner aktuellen Lebenssituation habe ich aber nicht unbedingt die Möglichkeit, mir alles, was ich möchte, selbst zu kaufen. Auch das haben Erwachsene nicht. Und meine Eltern haben auch nicht die Möglichkeit, sich alles zu kaufen, was sie gerade wollen. Aber meine Eltern haben, weil sie schon einfach mitten im Leben mehr stehen als ich, einfach größere finanzielle Möglichkeiten als ich. Ich habe aktuell als Content Creator einige Kooperationen, die reinkommen. Mit meiner eigenen Social-Media-Agentur habe ich gerade gestartet. Die ersten Kunden arbeiten mit mir ab September zusammen. Und trotzdem habe ich einfach nicht diese finanziellen Möglichkeiten. Und jetzt gab es noch ein paar andere Nachrichten, die ich euch auch gerne vorlesen möchte. Vitya hat geschrieben, sind das Alternativen oder möchtest du alles zusammen haben? Ganz viele Leute haben sich so über diese Wunschliste aufgeregt und gesagt, hä, alle Geschenke wünschst du dir? Und ich war so geschockt und war richtig irritiert, weil für mich bedeutet eine Wunschliste, da schreibe ich erstmal alles Mögliche rauf, was ich mir halt wünsche. Aber mir ist natürlich völlig klar, dass ich davon nicht alles bekomme. Also ja, klar, schön wär's. Aber es ist doch völlig normal, dass man da nicht alles bekommt. Wie war das bei euch in der Kindheit? Oder auch jetzt noch, wenn ihr eine Wunschliste schreibt für Eltern, für Freunde, schreibt ihr dann die Dinge auf, die ihr halt auch erwartet dann zu bekommen? Oder schreibt ihr alles Mögliche auf? Weil ich kenne das so in meiner Kindheit, ich habe manchmal zu Weihnachten wirklich eine Wunschliste gehabt. Das waren so zwei, drei DIN A4 Seiten mit allen möglichen Wünschen von ich wünsche mir ein Auto, ich wünsche mir ein Haus, ich wünsche mir eine Villa oder sonst etwas. Also sehr extreme Wünsche, wo ich auch wusste, okay, ich bekomme das nicht, aber ich habe es mir halt trotzdem aufgeschrieben. Wünsche darf man ja haben. Aber mir ist natürlich völlig klar, dass ich da nicht alles bekomme. Und irgendwie würde ich es auch voll langweilig finden, wenn ich genau das bekomme, was da drauf steht. Weil ich möchte ja schon auch gespannt sein und mich darauf freuen, was da jetzt kommt. Ein paar Kommentare habe ich noch, auf die ich gerne eingehen möchte. Und dann machen wir nachher noch den Geschenke-Haul, wie versprochen. Ihr seht auf dem Tisch schon ein paar Geschenke. In dem Karton ist was drin. Hier seht ihr Blumen. Geschenke-Haul machen wir später. Und eine Sache hole ich hier noch raus. Bleibt unbedingt dran. Und seid gespannt, was ich denn nun zum Geburtstag von meinen Eltern geschenkt bekommen habe. Die nächste Nachricht, die ich hier bekommen habe, von Pinkes Wasser. Pinkes Wasser hat kommentiert, eine PS5. Meine Eltern würden mir nie wieder was schenken, wenn ich denen das vorschlage. Das hat mir gezeigt, dass meine Eltern und ich im Bereich Geschenke eine spezielle Beziehung haben, die vielleicht selten ist, die ich schätze, aber die sich bei mir auch ein bisschen verändert hat. Und darauf möchte ich nämlich nachher ein bisschen eingehen. Die Kommentare haben mich wirklich sehr zum Nachdenken angeregt. Im ersten Moment war ich zwar so ein bisschen genervt davon und dachte so, ja Leute, richtig viele Leute, die das irgendwie halt einem nicht gönnen, die neidisch sind. Und das ist auch in Ordnung, dass man da drauf neidisch ist. Aber die Kommentare haben mich trotzdem so zum Denken angeregt und mir ist halt nochmal bewusster geworden, was das auch für eine Beziehung zwischen meinen Eltern und mir ist. Und, also in diesem Bereich. Stichwort Love Language. Aber darauf komme ich gleich zu sprechen. Nächster Kommentar, den ich hier noch vorlesen möchte. Von Hamuhatz. Hamuhatz hat geschrieben, sich Dinge von seinen Eltern im Wert von geschätzten 1000 Euro als erwachsener Mann und Influencer überhaupt zu wünschen, wäre mir schon zu dreist. Und dann so ein Clown-Emoji. Es hat wirklich viele Leute aufgeregt, was ich mir dort gewünscht habe oder dass ich überhaupt so eine Wunschliste habe. Da habe ich mir auch die Frage gestellt, habe ich mit 30 Jahren, ich hatte es eben schon angesprochen, dann auch noch eine Wunschliste? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wenn meine Eltern mich mit 30 fragen, dann glaube ich, würde ich mir andere Dinge wünschen, weil ich mir zum Beispiel sowas wie Airpods oder PS5 hoffentlich dann selber kaufen kann oder sich sage, ich spare jetzt selbst drauf. Aber prinzipiell finde ich es erstmal nicht verwerflich, dass wenn man mit 30 gefragt wird, hey, was wünschst du dir? Auch von seinen Freunden, egal jetzt ob Familie oder Freunde und man sagt, ich wünsche mir Airpods, weil meine gerade kaputt gegangen sind und irgendwie komme ich gar nicht dazu, sie zu kaufen. Dann ist das total legitim, dass man sich das wünscht. Jetzt komme ich auf diese spezielle Beziehung zwischen meinen Eltern und mir zu sprechen. Ich habe es eben schon so angeteasert. Mir ist bewusst geworden oder bewusster geworden, dass meine Eltern und ich Love-Language-mäßig halt total materialistisch sind. Ist jetzt erstmal nichts Schlechtes und es ist aus dem ersten Effekt heraus, würde ich sagen, was gut ist. Ich bin damit ja auch so aufgewachsen, dass ich zu Geburtstagen, zu Weihnachten, auch manchmal zum Nikolaus oder auch zu Ostern Geschenke bekommen habe. Und ich hatte es schon erwähnt, ich habe dann seitenlange Wunschlisten geschrieben und mich immer riesig darüber gefreut und meine Eltern hatten und haben total viel Spaß, mir halt etwas zu schenken, weil sie sich auch darüber freuen, wenn ich glücklich bin oder mich halt dann freue über die Geschenke. Und ob ihr es glaubt oder nicht, das sind keine Geschichten aus dem Paulaner Garten. Ich habe diese Love-Language damals dann auch total geteilt. Es war bei mir so, dass ich meinen Eltern zu Ostern dann auch so große Geschenke gemacht habe, wie zum Beispiel, dass ich für 80 Euro, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, Ostereier gekauft habe für meine Eltern. Teure Marke von Lindt und dann habe ich die ganz stolz bei uns zu Hause versteckt, diese Ostereier und Hasen. Ich glaube, meinen Eltern war es vielleicht ein bisschen unangenehm oder sie haben auch zu mir gesagt, so, das ist total zu viel und ist doch übertrieben und das musst du doch nicht. Sie haben es null erwartet und ich hatte auch nicht diesen Druck, aber ich hatte so viel Spaß da dran, meinen Eltern das zu Ostern zu schenken und hat dann halt auch mein ganzes Taschengeld dafür ausgegeben. Und auch damals, so zu den Geburtstagen meiner Eltern, habe ich meine Eltern halt wirklich sehr einfach großzügig beschenkt. Auch wenn man überlegt, dass ich damals halt in Anführungszeichen nur Taschengeld bekommen habe. Also ich habe, als ich so 13, 14, 15 war, habe ich nicht irgendwie nebenbei gearbeitet. So mit 17, 18 war das dann schon was anderes. Da habe ich dann manchmal Nachhilfe gegeben und mir so ein bisschen was zum Taschengeld dazu verdient. Und wenn ich jetzt so rückblickend darüber nachdenke, dann finde ich die Relation schon krass, wofür ich mein Geld ausgegeben habe. Und ich habe halt diese Love Language, das heißt erwidert, ich weiß jetzt nicht, ja, sie kam, kam sie jetzt zuerst von meinen Eltern. Doch, man kann das schon sagen. Also ich habe diese Love Language erwidert. Mittlerweile hat sich das bei mir ein bisschen geändert. Ich würde meine Love Language zu meinen Eltern eher so beschreiben, Quality Time, dass ich mir bewusst einfach Zeit nehme für meine Eltern und das Handy dann beiseite lege und einfach Zeit mit ihnen zusammen verbringe. Mama und Papa, falls ihr das seht, ja, manchmal bin ich dann doch am Handy, aber ich versuche wirklich das Handy, wenn ich mit meinen Eltern bin, auch mal beiseite zu legen. Es sei denn, ich muss halt gerade arbeiten, ich muss noch ein Video hochladen. Das lässt sich dann manchmal nicht verhindern, aber ich merke einfach, dass sich meine Love Language von diesem materialistischen, ja, von Materialismus, von Geschenke geben, ein bisschen geändert hat. In Richtung Quality Time, die Zeit zusammen genießen. Und bevor jetzt hier irgendwelche Gerüchte entstehen, die Love Language von meinen Eltern zu mir ist natürlich nicht nur Materialismus oder Geschenke geben, sondern dazu zählt auch noch viel mehr, aber darum geht es in diesem YouTube Video nicht. Mir ist nur bewusst geworden, dass halt Geschenke geben ein Teil ihrer Love Language ist und früher auch bei mir, aber mittlerweile hat sich das bei mir auch noch ein bisschen geändert. Ich glaube, es liegt auch daran, dass ich einfach gerade in einer ganz anderen finanziellen Situation bin, weil ich einfach viele Ausgaben, laufende Kosten habe, Miete, Strom, Essen, alles was dazu gehört und von daher habe ich gar nicht so die Möglichkeit in Relation gesehen, dann zu sagen, ich gebe jetzt so und so viel Geld für Ostern aus, aber trotzdem schenke ich meinen Eltern zu Ostern, zum Geburtstag und auch zu Weihnachten etwas. Bevor wir jetzt zum versprochenen Geschenke-Hall kommen und ich das Geschenk euch zeige, was hier unten versteckt ist, würde ich mich riesig, riesig freuen, ich habe es am Anfang schon gesagt, wenn ihr meinen Kanal hier kostenlos abonniert, ihr unterstützt mich dabei und verpasst keine Videos danach mehr, ich würde mich, wie gesagt, riesig freuen, abonniert jetzt gerne kostenlos meinen Kanal und wir machen jetzt den Geschenke-Hall. Ich fange damit an, ich hole sie raus, ich hole sie raus. Es ist tatsächlich die PS5 geworden. Ich habe mich riesig gefreut, um ehrlich zu sein, ich habe nicht damit gerechnet, dass meine Eltern mir eine PS5 zum Geburtstag schenken. Ich dachte eher, dass sie mir ein Buch schenken und quasi dann in meine Bildung investieren wollen. Sie investieren Geld in meine Freizeit, in die PS5 und ich freue mich riesig darüber, ist total cool. Die PS5 habe ich mir eigentlich nur gewünscht, weil ich FIFA 25 spielen möchte. Ich habe aber auch noch andere Pläne damit vor. Ich könnte mir nämlich gut vorstellen, sage ich das jetzt schon? Ja, ich könnte mir sehr gut vorstellen, vielleicht mich mal zu filmen, mich aufzunehmen, wenn ich FIFA 25 spiele und das zu posten. Ich glaube, es könnte sehr lustig werden, weil ein paar Kumpels von mir haben gesagt, Lasse, wenn du FIFA 25 spielst oder, also jetzt ist ja FIFA 25 noch nicht draußen, aber wenn du FIFA spielst, Lasse, sind deine Reaktionen immer so lustig und das musst du den Leuten doch mal zeigen. Vielleicht mache ich das. Was habe ich noch für Geschenke bekommen? Ich habe zwei T-Shirts bekommen, in schönen Farben. Ihr wisst, ich liebe den Stockholm-Style, also so Blautöne, Blau-Weiß, Grautöne finde ich total klasse. Zwei T-Shirts, vielen Dank. Ich habe mich natürlich auch anders schon bei meinen Eltern bedankt, aber irgendwie, wenn ich Geschenke bekomme, dann bin ich immer so, dass ich ganz oft Danke sage. Kommen wir hierzu. Oh Wunder, ihr habt es vielleicht schon vermutet, ich habe Schuhe bekommen. Ich habe eigentlich nur weiße Schuhe und ich trage immer dasselbe Schuhmodell, weil es mir halt einfach passt. Das sind weiße Rebooks und meine Eltern haben sich gedacht, schenken wir dem Lasse doch schwarze Rebooks. Finde ich ganz cool, kann man glaube ich zu vielen Dingen kombinieren. Ich bin jetzt noch nicht der größte Fashion-Influencer, aber das wird jetzt was. Ich glaube, schwarze Schuhe, egal ob jetzt fürs Business oder wenn man unterwegs ist, solche Schuhe kann man immer mal gebrauchen. Dann, ihr habt es sicherlich schon bemerkt, ich habe einen Blumenstrauß von meinen Eltern bekommen, fand ich total cool und diese Vase, die ist von Ikea, finde ich hier richtig schön. Ihr merkt, ich mag diese Blautöne, die gefallen mir sehr. Dann habe ich einen Einkaufsgutschein bekommen von Rewe. 30 Euro Einkaufsgutschein, den werde ich bald einlösen. Mein Kühlschrank ist zwar gerade wieder gefüllt, aber ich bin in der Massephase, ich konsumiere sehr viel, ich schnaboliere viel, von daher wird der bald eingelöst. Stichwort Essen, ich freue mich sehr drauf. Meine Eltern haben mir, ich denke mal das Datum zu, einen Gutschein geschenkt. Ich lese ihn euch mal vor. Gutschein für dich und deine Lieben am 4. Jetzt sage ich das Datum. Wann auch immer, bei Chum the Vegan Kitchen. Das ist mein absolutes Lieblingsrestaurant, ganz große Empfehlung hier in Hamburg. Chum the Vegan Kitchen. Das ist eine unbezahlte Werbung jetzt gewesen. Was haben wir noch? Genau. Oh, Socken. Kann man immer gebrauchen, gerade weil wir jetzt ja auch so ein bisschen auf den Herbst zugehen. Ich habe alle Geschenke. Ja, alle Geschenke euch gezeigt. Das war der Geschenke Haul. Neben dem Familienessen, dafür ist auch der Gutschein da, wird es noch eine kleine Geburtstagsfeier geben. Auf die freue ich mich wirklich sehr. Ich werde meinen 21. Geburtstag mit einem engeren Freundeskreis feiern. Und dazu wird es wahrscheinlich hier auf YouTube auch einen Vlog geben. Von daher hier nochmal der Hinweis oder die Bitte, abonniert kostenlos meinen Kanal, um mich zu unterstützen und um keine Videos mehr zu verpassen. Und jetzt bin ich gespannt auf eure Kommentare. Was denkt ihr über die Geburtstagsliste? Würdet ihr sagen, mit 21 Jahren darf man sich noch was wünschen? Oder seid ihr vielleicht eher dagegen? Wenn ja, warum, wieso, weshalb? Lasst uns austauschen, lasst uns diskutieren in den Kommentaren und dann hoffentlich sehen wir uns in der nächsten YouTube-Folge. Bis dahin, macht's gut, tschüss! Was noch пользiertes? Bis dahin.